Dass man, wenn man sich mit Börsenstrategien beschäftigt, auch ein Stück weit Historiker werden muss. Um das jetzt so ein bisschen auf KI zu shiften, wird das, glaube ich, ein Trend sein, der weiter unterstützend genau das fördert. Das ist ja immer der Traum mit dem Laptop, unterm Arm am Strand, mit dem Surfbett. Hallo zusammen, also vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier zu Gast bei Delta Value, einmal mit Philipp und beim Philipp Malte. Herzlich willkommen, schön, dass wir hier sein dürfen bei euch. Ja, wir arbeiten ja schon seit einigen Jahren mit euch zusammen, also wir machen gemeinsame Webinare und dergleichen. Ihr wart Speaker bei uns bei den Optionstagen. Könnt ihr vielleicht mal so erzählen, was unterscheidet euch von anderen Anbietern? Was ist so euer Unique Point? Wir können gerne mal darauf eingehen, was wir generell so machen. Also was wir uns auf die Flagge geschrieben haben, ist der Vermögensaufbau mit einem zusätzlichen regelmäßigen Einkommen. Bedeutet übersetzt, dass wir eben langfristig gerne in Aktien investieren. Wir nennen das immer Qualitätsaktien, also in Unternehmen am Ende, die langfristig sehr stabile Ertragsentwicklungen zeigen können. Die möchte man gerne langfristig halten, um eine ordentliche Rendite mitzunehmen. Allerdings achten wir auch auf Bewertungsniveaus. Wir wollen nicht zu jedem Preis Qualität kaufen. Und um das zu überbrücken, nutzen wir Optionen, damit wir uns quasi für das Warten auf die richtigen Preise bezahlen lassen können. Das ist unsere Hauptstrategie. Das machen wir seit vielen Jahren so. Allerdings, was wir mittlerweile ausgetüftelt haben, ist eine Art Alpha-Portfolio, das wir ergänzen. Also sprich, wenn ich ausinvestiert wäre in meinem Hauptportfolio, gibt es zusätzliche Einkommensstrategien, die wir auch mit Optionen umsetzen, also mit sogenannten Stillhaltergeschäften, mit denen wir regelmäßige Extra-Einkommen realisieren können, obwohl wir bereits ausinvestiert sind. Bedeutet, das sollten Strategien sein, die eben nicht korreliert sind mit dem Aktienmarkt. Und dann geht das Ganze Hand in Hand. Das heißt, ihr habt auch ein großes Research, wo ihr quasi erstmal schaut, welche Positionen werden überhaupt aufgebaut und zu welchem Preis sozusagen. Das ist ja schon ein Unterschied zu vielleicht anderen Anbietern, die sowas vielleicht nicht direkt im Fokus haben. Genau. Wir legen ganz stark Wert darauf, dass wir eben die Qualität eines Unternehmens recherchieren, dann aber auch bewerten, um herauszufinden, was ist denn so der unverbindliche Kaufpreis, zu dem ich gerne einsteigen möchte. Und wir bringen eben auch bei, wie man das selber kann. Also es gibt natürlich Watchlisten, die wir nutzen, aber es gibt ein ganz klares Framework, wie man das selber auch erlernen kann. Und gibt es eine bestimmte Zielgruppe, auf die ihr euch spezialisiert habt? Oder ist das Optionshandel für jeden geeignet? Wie würdet ihr das beschreiben? Also von der Zielgruppe gibt es verschiedene Zielgruppen, die sich da quasi ausergeben, die wir bedienen. Das kann jemand sein, der sagt, ich möchte jetzt einen Zugang finden. Ich möchte genau das, was Philipp gerade gesagt hat, dieses regelmäßige Einkommen, was viele anspricht. Und möchte das von Grund auf erlernen. Ich bin auch bereit, quasi das selbst in die Hand zu nehmen, Handwerk zu erlernen, damit ich dann später auch das selbstständig umsetzen kann. Aber es endet nicht da. Wir haben mittlerweile ein großes Spektrum von erfahrenen Händlern oder auch Family Offices, die sagt, ich möchte meinen eigenen Handel noch weiter professionalisieren. Ich habe vielleicht gewisse Handelsinstrumente, die in meinem Handelsansatz oder in dem Portfolio, was ich bedienen möchte, gerade noch nicht drin habe. Und möchte eben da genau solche Zusatzstrategien zum Beispiel aufbauen. Das heißt, es ist relativ breit gefächert und das würde ich mal so ein bisschen als die Zielgruppen beschreiben. Also es eignet sich auch als Diversifikation, wenn ich jetzt ein Aktienportfolio vielleicht schon habe irgendwo und möchte zusätzlich noch unkorreliert, sage ich mal, die eine oder andere Optionsstrategie dazu packen, sozusagen. Ja, okay. Ja, ich sage mal so, die Kunden sollen ja auch lernen, wie sie selber umgehen. Gibt es da eine Philosophie, wie man jetzt, sage ich mal, aus Fehlern lernen kann? Ist das wichtig im Optionshandel auch? Das ist extrem wichtig und auch gar nicht so leicht am Anfang. Das liegt daran, dass man an der Börse folgendes Phänomen hat. Man kann Geld verdienen, obwohl man das falsch gemacht hat. Und man kann Geld verlieren, obwohl man eigentlich was richtig gemacht hat. Das heißt, da gibt es ein ganz klares Framework, das wir unterscheiden zwischen dem Ergebnis, Gewinner-Investment, Gewinner-Trade oder Verlierer-Trade. Aber der anderen Frage, was war denn die Informationslage zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung? Und die gibt dann Ausschluss darüber, ob man einen fachlich richtigen Trade gemacht hat oder einen fachlich falschen Trade. Das ist das, womit man sich messen lassen kann. Das heißt, ich kann alles richtig machen und werde trotzdem vereinzelt Verlierer machen. Natürlich sollte das nicht andauernd zu Verlierern führen. Dann habe ich ein schlechtes Regelwerk. Aber wenn das Regelwerk funktioniert, ist immer dann ein fachlich korrekter Trade vorliegend, wenn ich mich ans Regelwerk gehalten habe. Und das ist das Template, das wir mit als erstes beibringen. Das heißt, man braucht ein Regelwerk. Das ist sowieso der erste Fehler, wenn man es nicht hat. Und zweitens, man muss es einhalten. Das ist dann gar nicht so leicht, wie es vielleicht klingt für viele. Und das Thema Psychologie ins Spiel. Ja, und die Disziplin, das auch einzuhalten. Das lernen wir auch immer mehr oder hören das von unseren Kunden ja auch, dass man zwar ein Regelwerk hat, aber dann, warum auch immer, sich nicht dran gehalten hat. Weil man meint, jetzt weiß man es vielleicht besser oder wie auch immer. Hört sich schlau an, aber man muss sich auch dran halten. Aber das ist natürlich schon ein wichtiges Thema, gerade dann aus solchen vermeintlichen Fehlern, sage ich jetzt mal, dann auch zu lernen und das beim nächsten Mal dann dementsprechend besser zu machen. Ja, sonst sind ganz viele, die sich immer von so einem Bauchgefühl auch verleiten, dass sie sagen, ich habe jetzt ein Gefühl oder wie du es gerade auch beschrieben hast, ich glaube, jetzt weiß ich es besser. Und da fängt eigentlich der Hauptfehler an. Und ganz viele, die jetzt so einen Einstieg auch suchen oder auch beginnen damit, die kommen häufig mit so einem Bauchgefühl, weil sie sagen, ja, ich denke das. Aber wenn man sich nicht systematisieren lässt, dann kommen halt häufig dann Fehler raus. Habt ihr spezielle Strategien auch für die Volatilität? Also wenn das Risiko jetzt ansteigt an den Märkten, wir haben ja gestern jetzt auch einen Tag gehabt, sage ich mal, wo Technologiewerte stark gefallen sind, aus welchen Gründen dann auch immer. Aber habt ihr dann was, sage ich mal, in der Schublade gesagt, jetzt müssen wir zuschlagen oder wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt für verschiedene Marktszenarien natürlich verschiedene Strategien, die immer verschieden gut funktionieren. Es ist aber meistens das Geheimnis, dass man die Strategien so kombiniert, dass man gar nicht wissen muss, was als nächstes kommt. Weil wenn jetzt die Volatilität steigt, dann ist das ja schon der Blick in die Vergangenheit, dann ist sie ja schon gestiegen. Und die nächste Frage wäre ja wieder, steigt sie morgen weiter oder geht sie morgen zurück? Also es bleibt ja immer eine Stichtagsbetrachtung. Entsprechend wir setzen auf Strategien, die möglichst unkorreliert zueinander sind und auch zum Aktienmarkt, wenn wir ein Portfolio quasi fortgeschritten ausstatten. Wenn wir allerdings unterwegs sind in Aktien, dann muss man nochmal ganz klar unterscheiden zwischen einer Investment-Idee und einer Trade-Idee. Ich glaube, das ist ein Fehler, der ganz häufig gemacht wird. Das wird in einen Korb geworfen, aber die Entscheidungsgrundlagen sind völlig anders. Wenn ich eine Aktie halten möchte und ich möchte mich an einem Unternehmen beteiligen, das ein Stück am Bruttoinlandsprodukt verdient, dann ändert sich ja nichts, nur weil die Kurse mal drei Prozent fallen. Im Gegenteil, dann bin ich vielleicht sogar gewillt, noch nachzukaufen, wenn fundamental sich nichts geändert hat. Das ist das klassische Investieren seit vielen Jahrzehnten. Da ändert sich auch nie mehr irgendwas dran. Allerdings, wenn ich jetzt in einem Handelssystem unterwegs bin, wo es darum geht, Verlierer früh zu realisieren, da kommen die ganzen Sprichwörter ja her, Verlierer realisieren, Gewinner laufen lassen, dann muss ich natürlich eingreifen und das Handelssystem ist völlig anders zu managen. Und entsprechend würde ich dann sagen, wenn die Volatilität steigt, gibt es Strategien, die ich jetzt ergänzen kann mit Volatilitätsprodukten oder eben entsprechend mit Produkten, die vielleicht schuld daran waren, dass die Volatilität überhaupt gestiegen ist. Das heißt also, es gibt eine Kernstrategie, die jetzt nicht direkt über Bord geworfen wird, nur weil jetzt ein Tag was passiert an den Börsen, das wäre ja auch schlecht. Aber dann kann man das halt punktuell immer wieder mal optimieren oder da eingreifen. Ja, okay. Würdet ihr sagen, dass man so ein Depot wie ein Unternehmen auch führen sollte? Ist das so ein Prinzip, wo man sich daran halten könnte? Also ich glaube, wenn man selbst auch vor allem unternehmerisch aktiv ist und wie wir es ja auch sind, kann man auf jeden Fall parallel finden, wenn man die finden möchte. Was mir zu einfällt, ist vor allem Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, wenn es um das Unternehmerische geht. Man hat Verantwortung Mitarbeitern gegenüber auch quasi da zu liefern. Und wenn man das eigene Depot betrachtet, würde ich das genauso anwenden. Also die Bereitschaft zu haben, für die Entscheidung Verantwortung zu übernehmen, die Konsequenzen, die damit einhergehen, genauso auch zu tragen. Das heißt, im Positiven, wenn es aufgeht, aber auch im Negativen, dann eben damit umzugehen und eben auch zu schauen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie kann ich dem begegnen und entgegenwirken? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal vom Regelwerk abgewichen bin und es nicht aufgegangen, wie kann ich vermeiden, dass das zukünftig wieder passiert? Das passt ja zu dieser Kernstrategie, dass man, sage ich mal, Unternehmen hat man ja auch vielleicht Ziele, die jetzt nicht gerade nur auf ein Jahr ausgelegt sind. Ähnlich ist das ja mit dem Depot, wo man sagt, okay, das ist strategisch oder eher für einen weiteren Horizont geplant. Also für jeden, der unternehmerisch aktiv ist, der kennt das ja, glaube ich, auch, dass man sagt, man denkt jetzt nicht von Tag zu Tag, aber diese Denkweise kommt dann häufig an der Börse rein, weil man diese kurzfristige Kursschwackung hat, die die ganze Zeit ablesbar ist. Aber wenn man sich als Unternehmer mal vorstellt, wie hat sich denn der Unternehmenswert im Vergleich zur letzten Minute geändert? Da würde man ja sagen, es macht ja keinen Sinn, darüber nachzudenken, aber an der Börse suggeriert zumindest die Preissetzung der Kurse, die gerade angezeigt wird, dass das der Fall wäre. Aber in der Realität ist es nicht. Es ist deutlich träger und das ist genau das, was dann manchmal auch hilft, um ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen und eine Aktie wirklich als Unternehmensanteil zu sehen und nicht als irgendwas, was gerade im Preis schwangt. Gibt es denn Mindestkapitalanforderungen überhaupt mit dem Handel zu beginnen? Habt ihr da irgendwo Grenzen gesetzt für euch oder für eure Kunden? Also es gibt definitiv Anforderungen. Das hat meistens damit zu tun, dass die jeweiligen Strategien, dass wir dort erstmal aufs Risiko achten. Also was für Risikomanagement-Tools brauche ich eigentlich pro Strategie? Und so kann man das eigentlich auffächern. Also wenn ich jetzt Aktien kaufen möchte, dann kann ich das theoretisch natürlich auch schon für einen sehr kleinen Bruchteil machen. Die Frage ist immer, Portfolio-Kontext, ist dann mein Portfolio nur mit einer einzigen Aktie befüllt oder ab wann wäre das denn diversifiziert? Mindestens 10 Aktien meinetwegen. Weil dann wird schon klar, da hat man vielleicht mit 500 Euro nicht irgendwie ein Portfolio gut diversifiziert, sondern geht vielleicht lieber über einen ETF-Sparplan. Wenn wir anfangen wollen, mit Aktien und Optionen zu arbeiten, das heißt Stillhaltergeschäfte anzustoßen, Aktien auch gerne mal etwas länger halten zu wollen, dann klappt das schon ganz gut ab einem mildes Kapitalvolumen von ca. 10.000 Euro. Natürlich gibt es Einschränkungen. Es gibt Aktien, die kosten deutlich über 500 Dollar. Das ist mit Optionen natürlich sehr sperrig. Aber es gibt andere Aktien im Bereich von 20, 30, 40 Dollar, die kann man dann schon wunderbar handeln. Auch aus der Dividendenwelt gibt es da spannende Titel. Das klappt wunderbar. Wenn man jetzt aber weitermachen möchte und sagt, mich interessieren Future-Optionsstrategien auf Rohstoffe zum Beispiel, weil sie herrlich unkorreliert sind, dann muss ich auf das Risiko achten und unserer Meinung nach ab einem Kapitalstock von ca. 25.000 Euro kann man die auch wunderbar hinzufügen. Da gibt es immer Abweichungen. Je nachdem, wie man das Risiko fährt, kann das auch immer weniger sein. Andere mögen es konservativer. Aber das war ja auch der Kern der Frage, was ist denn ungefähr die Schwelle? Gehen wir weiter in Indexoptionen, Stichwort langläufende Optionen auf den SPY- oder Zero-DTE-Strategien. Auch dann ist so dieses Level von 25.000 Euro meistens das, wo es im Portfolio-Kontext zum ersten Mal Sinn macht. Umgekehrt, wunderbar, in der Börse, das skaliert natürlich in der Regel bis in die hohen 8-stelligen Summen, bevor man überhaupt zum ersten Mal Probleme bekommt mit der Liquidität in Optionsketten. Man muss ja auch mal schauen, welche Produkte handelt man jetzt, wo ist die Liquidität da. Ich meine, US-Märkte sind ja bekannt die liquidesten, dann gerade bei den Optionen, auch wenn es mit Aktienoptionen gehandelt wird. Also von daher kann man da schon sehr viel diversifizieren auch. Jetzt könnte man ja sagen, es gibt so viele Bücher über Börse, ich lese einfach ein Buch und fange jetzt an. Reicht das nicht? Was meinst du? Also auf jeden Fall, es ist sich fortzubilden, schon mal genau die richtige Richtung, die richtige Schloßrichtung. Und natürlich gibt es gute Literatur, wir haben auch ganz viel selbst uns angeeignet, nachgelesen. Und vor allem, wenn man fachlich gut aufbereitete Werke hat, wo es jetzt nicht um ein bisschen das Marktschreierische geht, um zu sagen, Börse ist einfach nur super, und sollte man machen. Dann findet man natürlich viel. Der Bruch kommt meistens dort, dass wir in Büchern ja sehr viel Theorie lernen können, das ist auch notwendig für die Basis, aber ab dem Zeitpunkt aufbauend, das in die Praxis zu überführen, da ist ja meistens der Bruch. Weil, ich sag mal so, wenn einmal was auf Papier gedruckt ist, dann ist es an der Börse schon ganz alt. Und das heißt, gerade die konkreten Sachen, die Anwendungssachen, wie setze ich die Sachen um, wie ist das jetzt in der aktuellen Marktsituation, du hast zum Beispiel angesprochen, es ist gestern XY passiert, sowas kann das Buch überhaupt nicht leisten. Und deswegen sind Bücher gut, um da hinzuführen. Es führt aber keinen Weg dran vorbei, dann irgendwann den Weg in die Praxis zu machen, damit es auch nicht nur bei diesem Theoriekonstrukt bleibt. Ja, da ist der Grund, wo wir auch zusammenarbeiten, wo wir gemeinsam die Webinare durchführen, damit die Kunden sehen, wie es in der Praxis funktioniert, damit sie selber auch mitüben können, auch mit Paper Trading können, einfach erstmal die ersten Schritte. Aber klar, richtig lernen kann man es dann mit echtem Geld natürlich erst, weil Emotionen ja auch dazu gehören. Wenn ich jetzt 10.000 Euro Demogeld verspiele, ist es jetzt nicht so schlimm, als wenn es das eigene Geld ist. Aber die Praxis ist schon das A und O. Also dann einfach möglichst schnell auch über den Abbrauen. Also sei es mit, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wie setzt sich das denn wirklich genau am Bildschirm um? Genauso wie du es gesagt hast, das sind eigentlich die Sachen, die man schnell abbauen muss, um dann nicht zu sagen, okay, ich weiß es theoretisch, aber ich kann es nicht anwenden, sondern dieser Switch sollte dann auch schnell passieren, dass man auch das Begleiten natürlich nutzt und dann eben schaut, okay, kann ich das auch anwenden oder brauche ich da vielleicht einfach einen anderen Ansatz, um das dann auch in Praxis überführen zu können? Gibt es bei euren Kunden denn auch so, ich sage mal, eine richtige Erfolgsstory oder die eine oder andere, wo jetzt einer vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, vor einem Jahr erst angefangen hat und plötzlich jetzt Millionär geworden ist, ist vielleicht übertrieben, aber irgendwas in der Richtung, wo einer jetzt richtig sagt, ich habe jetzt die und die Strategie eisern durchgezogen und das funktioniert? Also ich glaube, das, was uns immer stolz macht, ist, wenn wir merken, der Teilnehmer, den wir da ausgebildet haben, der kommt wirklich zu eigenständigen Entscheidungen. Das heißt, wir schulen am Ende ja zum Teil Strategien, die man mit relativ starrem Regelwerk nachhandeln kann, aber andererseits auch Frameworks, die eher Denkkonstrukte beinhalten, wie finde ich denn jetzt eine gute Aktie, wie kann ich eine gute von einer schlechten unterscheiden? Und die Erfolgsstory ist, wenn wir feststellen, dass das nach einigen Monaten dann klappt und wir zum Beispiel Aktien vorgestellt bekommen, die wir selber noch nie gehört haben, wo wir dann merken, okay, das hat gezündet, wir haben jetzt einfach jemanden mit dabei, der selbstständig Entscheidungen treffen kann und unabhängig ist von der Drittmeinung, kann er sich zwar gerne anhören, aber er kann auch eigene Entscheidungen treffen. Das ist das, was wir auch als Ziel haben. Aber es gibt natürlich auch Storys, die von der emotionalen Seite kommen, dass wir jemanden haben, der sagt, ich würde gerne mit der Familie auswandern, ich möchte gerne auf Zypern einfach länger leben, ich brauche dort, also länger im Jahr, einfach die sonnigen Monate verbringen und ich brauche dafür irgendeine finanzielle Unterstützung. Sei es, dass man komplett von der Börse lebt oder zumindest mal weiß, man kann ein paar Monate dafür sorgen, dass da ein Einkommen reinkommt und das sind natürlich die Storys, die einen wirklich stolz machen. Das hat jetzt wirklich ein Leben verändert, dass man da Wissen angeeignet hat und an den Kapitalmärkten seinen Lebensabstand steigen kann. Das ist ja mal der Traum so, mit dem Laptop unter dem Arm, am Strand mit dem Surfbrett und das hört sich immer so schön an, natürlich, aber es ist natürlich auch harte Arbeit, was dazugehört. Klar. Wir haben es vorhin bei dem Thema Bücher am Ende als Ergänzung, das ist alles ein Handwerk, wie wir das verstehen. Also in der Theorie ist natürlich wichtig, wie in jedem Beruf, wie in jedem Handwerk, aber man würde zum Beispiel bei Mauer auch niemals sagen, ich lese mir da ein paar Bücher und dann kann ich eine Mauer bauen. Man muss das einfach machen, dabei werden Fehler passieren, die gilt es zu minimieren und entsprechend kommt man so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass wir direkt in den Pool springen und dort unsere Trades absetzen, das funktioniert wunderbar im Marketing, aber in der realen Welt, aus der wir alle kommen, ist Einsatz gefordert, aber da wird man auch belohnt, wenn man es irgendwann erlernt hat, habe ich die Möglichkeit, mit sehr wenig Zeitaufwand dort zu handeln. Man sagt ja auch, man muss Dinge 10.000 Mal machen, damit man sie gut oder wirklich aus dem Intuitiv machen kann. Und das ist ja beim Sport so, bei anderen Berufen auch so, wie du schon sagst, man kann jetzt nicht von heute auf morgen ein Buch lesen und ist dann plötzlich jetzt Weltmeister oder im Sport oder wie auch immer. Und so ist an der Börse ja ähnlich, sehe ich auch so. Wie seht ihr denn generell, sag ich mal, durch KI und Online-Bildung, wir waren jetzt bei den Büchern, es gibt ja auch diese Online-Medien durch Webinare und Schulungen, wie wird sich das weiterentwickeln durch KI? Wie seht ihr das? Also wir sehen ja schon eine sehr, sehr starke Wende oder Shift zum Digitalen. So ist es ja zum Beispiel auch, wenn man bei uns eine Ausbildung macht oder Ausbildung machen möchte. Man hat die komplette zeitliche Flexibilität, man kann es anpassen, man muss theoretisch niemandem das Haus verlassen, um daran auch teilzunehmen. Und um das jetzt so ein bisschen auf KI zu shiften, wird das, glaube ich, ein Trend sein, der weiter unterstützend genau das fördert. Man sieht das ja mit den unterschiedlichsten Anwendungsprogrammen, wo man einfach jetzt eine Datenaggregation sehr, sehr schnell hinbekommt, richtige Fragetechniken quasi herauszüftelt, um dann auch die richtigen Antworten zu bekommen. Und mit dem Wandel, den wir jetzt gerade sehen, sehen wir es auf jeden Fall als unterstützendes Medium, was viele Handgriffe, die man vielleicht vorher über viele Stunden machen musste, einfach abkürzt und damit natürlich auch einen super Vorteil bietet im eigenen Lernen. Also indem man sich das nochmal aus einer anderen Perspektive zusammenfassen lässt. Oder solche Anwendungsfälle kommen mir dadurch in den Kopf, wenn du das fragst. Und das werden natürlich auch Dinge sein, die wir uns unterstützen. Das sind genauso Sachen, die wir zum Teil schon einfließen lassen für die Herangehensweise, um eben das Ergebnis zu verbessern. Und das ist immer das, was im Fokus steht. Und solange das Ergebnis am Ende besser wird, macht es, glaube ich, total Sinn. Und da sehen wir auf jeden Fall einen Trend, den wir dann gerne mitgehen. Ja, ist ja wahrscheinlich auch im Research so. Du nutzt ja jetzt auch schon wahrscheinlich eine Software und keine Excel-Tabellen oder dergleichen, sondern vieles kann man ja wirklich schon automatisiert auswerten. Und die ganzen Datenbanken, die jetzt durch die hochwertigen Computer ja auch gefüttert werden und dann natürlich viel schneller ausgelesen werden, das ist ja schon eine Hilfestellung. Ein Großteil von Tools ist auf jeden Fall noch nicht abgelöst. Also wir haben viele Tools, viele Sachen intern gebaut, aber es ist auf jeden Fall ein Hebel, der da angesetzt wird. Und man sieht ja, wie schnell der Fortschritt ist. Ich glaube, das ist kaum abzusehen, dass es in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann schon möglich ist. Und da, wo sich daneben anbietet, ersetzt man das natürlich, wenn die Qualität oder der Output am Ende besser ist. Habt ihr, was jetzt die Börse angeht, gibt es da Vorbilder für euch, wo ihr sagt, an den Strategien oder Richtlinien? Haltet ihr euch da sowas in dem? Also ich würde sagen, definitiv ja, weil wir das auch als Selbstverständnis sehen, dass man, wenn man sich mit Börsenstrategien beschäftigt, auch so ein Stück weit Historiker werden muss. Man muss rausfinden, was haben denn andere schon für Fehler gemacht? Man muss denen zu lernen, was haben andere richtig gemacht? Und das sind einerseits natürlich irgendwelche akademischen Arbeiten, die ging so in den 70er, 80er Jahren los. Jetzt muss man aber neidlos anerkennen, dass zum Beispiel Investoren wie Buffett und Munger das erheblich früher, ich sage es mal, rausgefunden haben, wie man zum Beispiel Top-Unternehmen pickt. Und deswegen würde ich schon sagen, Börsdianer wie Charles Munger oder Warren Buffett sind auf jeden Fall Persönlichkeiten, die uns stark inspiriert haben. Es kommt auf die Strategie an. Das heißt, wenn es darum geht, langfristig Kapital aufzubauen, unabhängig von sämtlichen Produkten, die es so gibt, Futures, Optionen oder wer auch immer, ist eben nicht vorne anzuweisen, dass Anteile an Unternehmen, also Aktien, langfristig eine ganz starke Renditepotenzial innehaben. Und dabei kann man aber immer noch viel falsch machen und viel richtig. Das bedeutet, einer der Fehler, die sicherlich viele auch mal gemacht haben, auch wir, früher ist, dass man ein Top-Unternehmen findet. Das ist gar nicht so schwer, wie es klingt. Aber dann kommt der psychologische Aspekt, die Aktie entwickelt sich vielleicht und dann verkauft man die einfach viel zu früh. Und fünf Jahre später merkt man, dass man da irgendwie tausend Prozent verpasst hat. Das fühlt sich nicht wie so ein Verlierertrade an, man hat da Geld verdient, aber man hat doch wahnsinnig viel Geld verloren eigentlich. Und das sind Dinge, die, glaube ich, wie kein anderer, wie Warren Buffett und Munger vorgelebt haben, mit einem Track-Record von über 50 Jahren, wo wir auch jedes Mal sagen, bei allen modernen Handelsstrategien, das muss man einfach würdigen, wie lange das funktioniert hat, öffentlich auch kommuniziert wurde, wie das funktioniert. Und das sind auf jeden Fall, glaube ich, die zwei Persönlichkeiten, die am meisten Einfluss haben, auch auf unsere Hauptstrategien. Ja, ich sag's mal so, das geht ja jedem, der jetzt irgendwie vielleicht mal eine Apple-Aktie vor zehn Jahren schon mal hatte und fragt sich jetzt auch, wieso habe ich die nicht gehalten? Oder man hat halt dann mit 20, 30 Prozent Gewinn war man zufrieden und dann hat man verkauft und dafür dann andere gekauft. Aber klar, das ist immer in der Rückbetrachtung natürlich einfach. Aber man muss ja immer überlegen, was hat man zu dem Tag, wo man sich so entschieden hat, halt wie war da das Umfeld, wie hat man sich da verhalten dementsprechend. Aber klar, Warren Buffett und die haben natürlich schon längerfristigen Horizont gehabt, haben gesagt, ich glaube daran und egal, ob die jetzt fällt oder nicht, das wird sich halt langfristig durchsetzen, solche Dinge. Kommen wir aber wieder zum Optionshandel. Generell, merkt ihr da ein steigendes Interesse in dem Bereich oder wie würdet ihr das sehen? Ich glaube mal, Aktienhandel gibt es ja schon lange, Optionshandel ist ja ein kleiner Bereich. Ist das jetzt aktuell populär? Könnt ihr das so merken bei euch? Wir sehen auf jeden Fall ein zunehmendes Interesse. Also das können wir nur sagen, auch durch die Kunden oder mit den Interessenen, mit denen wir sprechen, dass da die Nachfrage einfach steigt. Und man sieht ja in anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika, ist es ja deutlich verbreitet. Das heißt, das ist ja auch so ein bisschen deutsches Phänomen, dass es noch ein unbekannteres Produkt ist, würde ich jetzt mal sagen. Und wir versuchen da genauso Aufklärungsarbeit zu leisten, wie ihr es auch tut, dass man das halt als, nicht als spekulatives Produkt sehen sollte oder man kann es natürlich auch so nutzen, aber gar nicht so nutzen muss. Und von daher einfach einen sehr, sehr großen Zugewinn für das eigene Depot ermöglichen kann. Von daher, wir sehen den Trend, wir versuchen den genauso zu fördern und freut uns natürlich zu sehen. Es gibt ja auch immer mehr Produkte, immer die Laufzeiten werden immer kürzer teilweise, null DTE Optionen, die es jetzt mittlerweile ja auch gibt, ist auch im Trend aktuell. Und ja, also wir sehen das ähnlich. Und klar ist es schwierig für manche, die noch nie in der Option gehandelt haben, erstmal zu verstehen, was das überhaupt ist. Viele denken ja an Optionsscheine, das ist ja ein bisschen bekannter hier in Deutschland. Da muss man erstmal erklären, dass das nicht ganz das Gleiche ist. Aber klar, dazu gehört natürlich viel Arbeit. Und da tragt ihr auch natürlich ein großes Stück dazu bei, das auch den Kunden nahe zu bringen. Das ist ja auch so ein Ziel, was wir ja auch haben. Überhaupt die Aktionärskultur zu fördern in Deutschland, dass wir eigentlich mehr aktive Händler auch an überhaupt mal oder überhaupt Leute sich mit der Börse beschäftigen. Und Optionen ist für mich ein Teilbereich. Wie man die einsetzt, ist immer natürlich die Frage. Man kann es als Hedging einsetzen oder wie auch immer. Aber dafür gibt es ja, sage ich mal, euch in erster Linie auch, wo ihr sagt, es gibt die Strategie oder die und was passt zu welcher Situation, sage ich jetzt mal. Aber ist das schwierig, sage ich mal, so ein Aktionär zum Optionshandel zu bewegen? Wie seht ihr das? Das ist eine spannende Frage, weil nach unserer Beobachtung ist es so, dass es sicherlich Berührungsängste gibt erst mal mit Optionen, weil es ja, wie gerade gesagt, immer noch was Neues ist. Aber andersrum, sobald ein Aktionär Optionen mal angewandt hat, gibt es nie mehr einen Weg zurück, dass es die Beobachtung wäre. Wir kennen einfach keinen Optionshändler auf Aktien, der sagt, das funktioniert nicht. Ich stelle das wieder um. Sondern es gibt, das ist vielleicht so eine der Hauptvorteile auf der Stillhalterseite von Optionen. Es gibt Szenarien, die ich abdecken kann, die ich mit keinem einzigen anderen Derivat abdecken kann. Und wie Philipp Maler gesagt hat, eben nicht nur spekulativ, sondern auch mit einem rein investiven Gedanken ist das möglich. Nicht nur, aber eben auch. Und entsprechend, um einfach ein, zwei Vorteile zu nennen. Ich kann mich mit Optionen bezahlen lassen dafür, dass ich auf einen Preis warte, eine Aktie, der tiefer ist, als sie gerade steht. Wenn man das jemandem erzählt und diejenige Person, das zum ersten Mal hört, dann kriegt man oft große Augen und sagt, das ist viel zu gut, um wahr zu sein. Das kann ja gar nicht sein. Dafür sind wir jetzt da und erzählen das seit vielen Jahren. Das ist immer noch wahr auf 2024 und auch die nächsten Jahre. Und jeder, der Aktien kauft, mit auch nur einem wenig längerstigen Horizont, sollte sich das zunutze machen. Und das bringt mich zum zweiten Vorteil auf der anderen Seite. Man kann das natürlich auch machen, um Aktien zu verkaufen und sich da wieder bezahlen zu lassen. Ist das so eine Einstiegsstrategie, so diese Cash-Secured-Put, sage ich jetzt mal, wovon du gerade gesprochen hast, man wartet jetzt auf einen Einstieg, in Anführungsstrichen, verkauften Put, sage ich jetzt mal, und wartet dann sozusagen, ob man ausgeführt wird oder nicht? Genau, genau so ist es. Es spricht ja Cash-Secured-Put oder Put mit Investmentgedanken, egal wie man es nennen möchte. Es bleibt ein Short-Put, der aber mit Kapital hinterlegt ist. Kommt dann oft das Argument, ja gut, aber da kann ja die Aktie in den Strike reinfallen und dann wird die ja angedient und die könnte ja weiterfallen. Das sind alles Gründe, die zwar stimmen, aber das hat ja nichts, auch so richtig, hat ja nichts mit der Option zu tun. Das würde ja auch bei einem Direktinvestment passieren. Mit dem Umkehrschluss, wenn ich das über eine Option mache, habe ich immerhin mindestens mal schon ein paar Prozent gespart, weil ich erst später einsteige, habe mich auch noch bezahlen lassen, eine Prämie kassiert. Es gibt für uns keinen nachvollziehbaren Grund, warum man das nicht, zumindest teilweise in Erwägung ziehen sollte. Ich habe eine große Community. Warum ist das so wichtig, sage ich mal, dass die Community sich auch untereinander austauscht? Ja, liegt ja auch sehr viel Wert darauf. Ich glaube, in Deutschland kennt man das ja, das ist ja auch gesagt, die Aktionärskultur ist nicht so verbreitet. Das heißt, oftmals ist es auch schwierig, im eigenen Umfeld jemanden zu finden, mit dem man sich darüber austauschen kann. Oder wenn man das dann mal zur Sprache bringt, ist es sehr häufig, dass man so abgesteppt wird, wie ja, dass irgendwas risikoreich ist oder zocken. Auf mir mal, dass sich hier dieser Blick, diese Wahrnehmung ein bisschen ändert. Aber unter den Kunden bei uns sehen wir das, dass man da natürlich Gleichgesinnte trifft. Und gerade beim Lernen oder wenn man ein neues Thema für sich entdeckt und auch aufbricht, hilft es natürlich enorm, sich einfach mit Gleichgesinnten auszutauschen. Man kann einfach viel schneller vom Erfahrungsschatz der anderen mit profitieren, weil der eine hat vielleicht Aktie A gehandelt, der andere Aktie B oder ist da in den Future Optionen bei Index-Produkten schon drin. Und das heißt, dass das fortkommt, das gemeinsame Vorankommen, das ist halt deutlich beschleunigt. Deswegen fördern wir das zum Beispiel innerhalb unserer Kunden genauso. Und genauso wie zum Beispiel auf den Optionstagen, wie wir es da hatten, dass man auch sieht, das Interesse ist einfach extrem groß und das bestärkt einfach, dass es einen Mehrwert für Kunden und für Interessierte einfach bietet. Wie ist das nach so einer Ausbildung, wenn ihr, sagen wir mal, die Kundenausbildung abgeschlossen haben oder bleiben die dann weiterhin aktiv oder sind die in Kontakt mit euch oder wie muss man sich das vorstellen? Also im Endeffekt beginnt ja eigentlich mit, in meinen Anführungszeichen, dem Abschluss der Ausbildung. Den gibt es bei uns eigentlich nicht, sondern man hat ein gewisses Stadium erreicht. Und ab dem geht es eigentlich erst los. Also wenn ich jetzt weiß, wie unterscheide ich eine gute von einer schlechten Aktie, wie kann ich jetzt ein Preisschild vielleicht auch an die Aktie machen, also was sollte sie denn eigentlich wert sein und wann kaufe ich vor allem überteuert oder wann will ich überteuert kaufen, dass man das vermeidet und dann darüber, okay, wie funktioniert eine Option und so weiter. Und ich dann auch weiß, wie setze ich sie in der Praxis um. Dann ist ja ab dem Zeitpunkt wird es ja spannend, weil es ist ein zukunftsgerichtetes Geschäft. Das heißt, wenn man das wirklich ernst nimmt und auch verantwortungsvoll übernimmt, dann ist es ja eine Entscheidung in die nächsten Jahre. Und das heißt, bei uns ist es so, dass es ab dem Zeitpunkt eigentlich erst beginnt. Das heißt, bei uns, um da konkret zu machen, in Formaten, es gibt wöchentliche Webinare, es gibt Live-Calls, es gibt einen Support, es gibt quasi Austausch in der Community, es gibt quasi Foren, wo das quasi angeboten und gefördert wird, weil an dem Punkt, wenn man quasi jetzt einmal den ersten Schritt geschafft hat und ich habe die Grundlagen geschaffen, dann geht es ja darum zu sagen, okay, wie bleibe ich jetzt in der Praxis, wie komme ich in die Routinen, wie kriege ich es auch hin, dass die Regelwerke halt dauerhaft implementiert sind und nicht ich durch mein Bauchgefühl oder so mich wieder ablenken lasse. Und von daher, das sind Medien, wo wir sehen, die sind sogar notwendig, weil wir den langfristigen Erfolg dadurch halt viel besser unterstützen können. Okay. Gibt es auch Kunden, die kommen zu euch und sagen, ja, ich möchte jetzt 100% im Jahr machen, zeigt mir mal, wie das geht? Die gibt es, dann zeigen wir auch wieder die Türe dann. Es geht darum, einfach eine realistische Vorstellung zu bekommen, was für Renditen möglich sind. Was ist so eine realistische Größe, sage ich jetzt mal? Das ist eine spannende Frage, würde ich mal die Spielverderberantwort spielen, es kommt darauf an, worauf kommt es denn an? Es kommt darauf an, erst mal, welche Strategie man handelt, mit wie viel Zeit ein Satz und vor allem, was oft vergessen wird, mit welchem Risiko die denn zustande kommen. Also man kann sagen, 100% wie gerade genannt, pro Jahr ist das unmöglich, auf gar keinen Fall ist das unmöglich, aber das Risiko, das man tragen muss, ist enorm hoch. Risiko bedeutet Abweichung, das heißt, es gibt da sicherlich auch Möglichkeiten, das Geld komplett zu verlieren für immer und dann ist das, das Kapital ist ja die Munition, dann kann ich gar nicht mehr handeln. Entsprechend, es kommt darauf an, das Risiko zu senken und mit Optionen zum Beispiel, das ist gar nicht so verbreitet, kann ich das Risiko in einem Aktienportfolio erheblich senken. Das heißt, ich werde durchaus die Aktienmarktredite und sicherlich noch mal einen ordentlichen Schluck drauf verdienen können, aber mit der Hälfte der Volatilität und das ist die Denkrichtung, von der wir kommen. Darauf basierend können wir dann nämlich entscheiden, handelt man das mit 100% Kapitaleinsatz oder sogar mehr, sprich, was dann an groben Kennzahlen, um auf seine Frage zurückzukommen, an groben Renditen möglich ist, sind so sicherlich diese 1-2% Rendite pro Monat. Wir rechnen das gerne pro Monat, weil wir eben regelmäßiges Einkommen realisieren, auch auf monatlicher Ebene, aber man muss ganz klar sagen, für all diejenigen, die das dann sofort in Excel hochrechnen wollen, das sind Durchschnittswerte. Also es gibt da Monate, die laufen erheblich besser und dann gibt es aber auch Monate, wenn man in Aktien unterwegs ist, da gibt es mal einen Drawdown und man braucht vor allem ein Regelwerk und psychologisch geschultes Verständnis zu sagen, ich warte da, ich habe da Unternehmensanteile und warte, bis die Renditen wieder kommen, anstatt im Verlust Aktien zu verkaufen. Wenn es um Handelssysteme geht, natürlich geht es um klares Risikomanagement und dann ist auch mehr drin. Aber das finde ich gerade einen wichtigen Punkt, das Aktienportfolio, eigentlich das Risiko rauszunehmen durch den Einsatz von Optionen. Viele denken ja, ich erhöhe eher mein Risiko, weil ich jetzt spekulative Instrumente plötzlich nutze, die ich vorher nicht hatte, aber wenn man sie richtig einsetzt, kann man Risiko optimieren oder verringern und dann die Rendite optimieren sogar noch. Genau, ja. Ja, guter Punkt. Ja, kommen wir nochmal zu den Optionstagen. Ihr wart ja, das war für uns ja das allererste Mal, dass wir es durchgeführt haben auch. Es wird nächstes Jahr nochmal der Fall sein. Ja, wie ist euer Fazit? Ja, oder was waren so die Kundenstimmen dazu? Also von, wir können uns gerne mal austauschen, von meiner Warte aus, von meiner Wahrnehmung war das ein Riesenerfolg. Liegt schon daran, dass es in Deutschland sowieso nicht so leicht ist, überhaupt mal Aktionäre zusammenzukriegen, dann erst recht nicht Optionshändler, aber die gibt es ja da draußen. Das heißt, es ist umso schöner, sich da auch mal live austauschen zu können. Und dafür war das eine wunderbare Plattform. Es war sehr inspirierend. Nie da gewesen. Also so ein Event, vergleichbarer Format, noch nie in Deutschland erlebt. Und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Wir können es auch von den Teilnehmern zurückgeben. Es war lange Zeit im Voraus, als wir es angekündigt hatten, war schon klar, jeder, der da irgendwie Zeit hat, kommt vorbei. Und am Tag danach hieß es schon, ja, hoffen wir mal, dass es die nächsten Optionstage geben wird. Und ja, du hast gerade die Katze aus dem Sack gelassen. Ja, genau. Das wird wieder stattfinden. Das machen wir jetzt auch nicht, weil es niemand interessiert hat, sondern weil wirklich das Interesse so groß war. Und es wird tendenziell wieder im Februar 25 dann stattfinden. Ihr hattet ja als Thema so Optionshandel im Portfolio-Kontext erfolgreich in jeder Marktphase. Wisst ihr schon, was ihr nächstes Jahr so als Thema machen werdet? Hast du schon eine Idee? Ja, also dazu sind wir doch gefehlt hat ohne Glaskugel. Darauf geht es auf jeden Fall wieder, dass wir hinauslaufen, dass man die halt nicht benötigt. Aber das Hauptthema, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch im Gespräch ein bisschen klar geworden, ist für uns immer der Portfolio-Kontext. Das heißt, es gibt isolierte Strategien, aber wir überlegen immer, was bedeutet das im Gesamtportfolio-Kontext? Was bedeutet das für mein vielleicht Rendite-Potenzial? Was heißt das aber auch für das Risiko? Und das heißt, höchstwahrscheinlich werden wir uns wieder in dem Kosmos bewegen. Wir haben auch quasi da viel Feedback zu dem Vortrag bekommen, zu dem Punkt. Und von daher kann man, glaube ich, gespannt sein. Aber alles, was wir liefern werden, da brauchen wir noch in Zukunft die Glaskugel nicht für. Und genau so soll es ja sein, dass man ja so möglichst unabhängig ist. Das heißt, egal was für eine Wetterlage jetzt quasi gerade an den Börsen ist, dass man einfach weiß, okay, ich kann mein Regelwerk einfach befolgen. Ich weiß, wie das Portfolio zusammengestellt ist, was ich für Vorteile habe, was ich vielleicht auch Risiken im Portfolio habe und wie kann ich dann auch vielleicht durch, wenn unsichere Zeiten kommen sollen, durchsteuern. Und im Hinblick auf 2025, wir haben Präsidentschaftswahlen vor uns, wir haben Zinsen als großes Thema. Das werden ja alles Themen sein, die eine Beeinflussung machen und wenn die Themen dann aktuell sein sollten, lassen wir natürlich auch gerne mit einfließen. Irgendwas passiert immer an Märkten, sage ich immer, aber es ist immer gut, wenn man dann auch reagieren kann, wenn man die Instrumente hat, darauf zu reagieren. Wir freuen uns auch schon auf nächstes Jahr. Es wird sicherlich wieder ein tolles Event, hoffe ich zumindest. Und ja, also ihr seid natürlich auf jeden Fall dabei, also freuen wir uns schon drauf. Ja, super. Was habt ihr denn für Ziele, also sage ich mal, was euer Unternehmen jetzt angeht? Gibt es da irgendwas, was jetzt geplant ist oder wo ihr sagt, da wollen wir uns hinbewegen? Gibt es da irgendwas, was die Zukunft angeht? Ich kann mal einen Anfang machen. Also, was wir auf jeden Fall als Ziel haben, ist, die Positionierung so beizubehalten. es gibt so ein paar Werte, auf die wir Wert legen. Dass wir sagen, es gibt realistische Versprechen, die Strategien, die wir lehren, die Investmentansätze sind bei überschaubarem Zeiteinsatz umsetzbar. Wir wollen uns keinen Bauchladen aufbinden lassen irgendwie, nur weil es irgendwelche Hypes gibt, die gerade irgendwie besonders interessant sind. Einfach eine gerade Linie, einen geraden, hohen Faden, das wird weiterhin unser Ziel bleiben, uns da niemals verbiegen zu lassen. Mit Hinblick auf das Unternehmen selbst, natürlich, als Unternehmen wollen wir auch wachsen. Das geht aber wunderbar Hand in Hand. Unsere Anreize, wir handeln all das, was wir machen, selber in Portfolios, sei es privat, sei es in GmbHs. Und das bedeutet, wir möchten da auch einfach mehr Menschen erreichen, das beizubringen und gemeinsam mehr Erfolg haben. Sprich, unser Interesse ist, dass jeder Teilnehmer auch hier einen Anspruch erfüllt bekommt, ordentliche Entscheidungen zu treffen an den Kapitalmärkten. Und wenn das uns allen gelingt, geht das auch mit dem Wachstum immer weiter. Dahin soll es gehen. Das ist schon ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Interview. Hat Spaß gemacht bei euch. Vielen Dank und auf gute weitere Zusammenarbeit. Ja, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.